Energie ist ständig im Wandel. Mit Hilfe der Kraft der Natur haben wir auf einfache Weise eine noch stärkere Energie entwickelt. Mit der Entdeckung völlig neuer Energiequellen ist das Leben der Menschen einfacher und besser geworden. An diesem Punkt stellt man sich eine weltverändernde und mutige Frage. Kann man diese bequeme Energie nicht auch einfach tragbar und transportabel machen? Dank den Energielösungen, die wir gefunden haben, kann die gewohnte Umgebung mit passender Musik neu gestaltet werden. Man kann arbeiten von wo auch immer man will und sich mit der ganzen Welt verbinden. Darüber hinaus können Momente, die nur von kurzer Weile waren, jetzt viel länger genossen werden, wodurch sich unser Lebensradius in unvergleichbarer Weise erweitert hat. Unsere Energielösungen sind nicht mehr räumlich begrenzt. Um weiter und schneller voranzukommen und gleichzeitig eine saubere Zukunft zu gestalten, müssen wir uns mehr an unsere Umwelt orientieren. Wo viel Geduld und Zeit benötigt wird, lassen wir nicht nach und schauen der sich wandelnden Welt entgegen. Wo kein Ende in Sicht ist, stehen wir als zuverlässige Partner zur Seite. Am Anfang einer langen und beschwerlichen Reise bieten wir den Antrieb, der das Schiff nach vorne treibt. Auf neuen Wegen liefern wir Glück immer schneller und präziser aus. Wenn man einfach mal schnell mobil sein möchte, bieten wir leise und zuverlässige Transportlösungen. Um den Alltag nach eigenen Wünschen gestalten zu können, achten wir darauf, dass alles stabil und einfach funktioniert. Wir speichern die Kraft der Natur auf smarte Weise und sichern so eine zuverlässige Energieversorgung. Energy Solution wird die Zukunft weiterhin verändern. In nur einem kurzen Augenblick ist man wieder voll geladen. In den Himmel zu fliegen, wird Normalität werden und die Menschen werden sich auf neue Arten fortbewegen. Damit Reisen in unbekannte Welten alltäglich werden, werden wir großartige und faszinierende Lösungen herstellen. So suchen wir ständig nach neuen Energien und bereichern das Leben der Menschheit mit Innovationen. Und bei alledem vertrauen wir einzig auf umweltfreundliche Energien. Denn das ist, was wir am besten können. Wir bieten Lösungen für die gesamte Menschheit. Changing Energy. Charging Life. LG Energy Solution.